Herzlich willkommen! Mein Name ist Patrick Pajac, das ist meine Frau Anja und das ist unser Bürohund Enzo und zusammen sind wir das Einhäuser Reisebüro. Seit 13 Jahren begrüßen wir euch in Einhausen an der wunderschönen Bergstraße. Wir sind der Ansprechpartner, wenn es um euren Traumurlaub geht. Wir erfüllen eure Urlaubswünsche und sind von Anfang bis Ende der Reise feucht da. Bei der Beratung nehmen wir uns ausführlich Zeit für eure individuellen Wünsche. Dabei profitiert ihr von unseren persönlichen Reiseerfahrungen, die wir rund um die Welt gesammelt haben. Egal wie ihr euch euren Traumurlaub vorstellt, vom entspannten Wellnessurlaub zum aktiven Abenteuerurlaub. Von Kreuzfahrten rund um die Welt zu deiner exklusiven Unterkunft für deinen speziellen Anlass. Wir sorgen für eure unvergesslichen Momente. Kommt vorbei, hier beginnt euer Traumurlaub.